Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte, heute für Mannheim. Mit dem Thema, wer baut eine Alarmanlage ein? Herzlich willkommen bei Alarmexperte zu einer weiteren Expertenrunde mit unserem Marco. Grüß dich Marco. Hallo Christoph. Marco, du als Experte, wir haben heute eine Frage bekommen, wer baut eine Alarmanlage ein? Kannst du uns dazu was sagen? Ja, sehr gern sogar. Es empfiehlt sich natürlich, sowas immer von einem Profi machen zu lassen. Der macht das tagtäglich und hat natürlich mit bestimmten Sachen schon Erfahrung und kennt sich genau mit den Richtlinien aus. Beispielsweise, dass ein Bewegungsmelder im besten Fall immer die Zentrale absichern sollte. Und natürlich, worauf bei Fenster-Türkontakten zu achten ist, bei Rauchmeldern, bei Panikknöpfen etc. So, dass man da einfach ruhig im Gewissen sagen kann, jetzt ist es richtig. Man kennt es ja auch bei den berühmten Regalen, wo immer die vielen Teile fehlen, dass man einfach zu Hause sitzt und man weiß irgendwann nicht mehr weiter und die Bedienungsanleitung ist auch nicht so, wie man es braucht. Einfach, dass man sich dort Hilfe holt und quasi sich das Rundum-Sorglos-Paket holt und dass man da einfach keine Sorge hat. Okay, also man sollte es nicht unbedingt selber machen, weil es an den Sicherheitsfragen sind. Richtig. Richtig.